Gelobt sei Jesus Christus. Vater, ich habe gesündet. Ich hab Sex. Fühlen Sie aus. Sex mit dem Teufel. Ey, ist Fasching oder was? Hast du schon mal probiert? Nee, überhaupt nicht. Das macht dich geil, was? Weil du hast einen Knall. Why you don't have a woman? You don't want the cunt, cunt. Mein Gott, Wolfgang. Du trinkst, du ruhest herum. Meinst du, das geht einfach so weg über Nacht? Ich bin Antrag der Asyl. Ich bin doch nicht das Wampf. Kirchenasyl ist doch falsch. Mensch Kollege, lass endlich die Finger von den Frauen. Ich sitze ja hier nicht als Mann, sondern als Priester. Fürchte ja, muss ich jetzt in die Hölle? Was geht jetzt mal raus? Lass mich mal nicht an, du Kröte! Lass uns ja selber nachschauen! Biften! Biften yourself! Понятно?